Was ist das Problem? Ich finde, das ist enorm wichtig, junge Leute darauf hinzuweisen, was passiert beim Drogenkonsum, darauf hinzuweisen, dass es gefährlich ist, dass es die Persönlichkeit verändert. Und darum ist es notwendig, mit gezielten Informationen aufzuklären, damit Menschen selbstbestimmt auch entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten. Was ist das Problem? Also das Plakat mit dem Affen finde ich super, weil darauf hingewiesen wird, dass Alkohol eben die Psyche auch verändert, dass man sich total zum Affen machen kann, wenn man zu viel trinkt. Und ich kann nur sagen, Komasaufen finde ich als etwas ganz Schreckliches. Das sollte keiner machen. Und dieser Gefahr sollte sich auch keiner ausliefern. Was ist das Problem? Ich finde das Stadtgespräch durch den Jugendring, durch den Kreisjugendring etwas Exzellentes, weil alle eingeladen sind, nicht nur junge Leute, sondern die ganze Bevölkerung. Alle können partizipieren, können daran teilnehmen, können ihre Ideen mit einbringen und können in einem offenen Dialog kritische Themen auch diskutieren. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem.